Die Mädels haben es einfach grandios gemacht. Ich habe ja gesagt, ich meine, auf der einen Seite sicher, ich weiß, was für eine Qualität da ist und ich kenne die einen ja auch ganz gut, die meisten ziemlich genau jetzt, über die Jahre schon. Und nein, ich habe einige gewusst, dass ich mich darauf verlassen kann. Aber wie gesagt, sie haben es wieder ein bisschen spannend gemacht. Ich meine, das 2-0 war ja okay, obwohl wir Haupthelden dann schon noch höher führen können. Aber dann so lange zu warten, bis so 85 Minuten mehr da nicht nötig sein müssen. Ich glaube, wenn man die Interviews zurücknimmt, die ich zuletzt schon gegeben habe, glaube ich, das schwerste Spiel kommt jetzt eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass die Mädels sich das jetzt wegnehmen lassen, weil beim ersten Spiel haben wir sie eigentlich klar dominiert. Und ja, es wird eine harte Nuss, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich denke mal, wir werden da von Anfang an das Spiel für uns wieder so machen, wie wir es heute gemacht haben und werden es dann auch für uns entscheiden.